hallo zusammen ich bin heute bei einer kleinen gastronomie kette und hole einen kühlcontainer ab und der kühlcontainer steht in der garage und ihr seht vielleicht oben was da platz hat hier bei diesem restaurant war der lift nicht fertig bei der montage und wir haben jetzt hier ein container gestellt hier in diesen raum rein in diese garage oder recycling raum und den haben wir jetzt hier gehoben mit dem anhänger drunter gefahren aufgeladen angebunden und gehen wir nach hause aber wie haben wir den aufgeladen hier drin wir sehen hier diese winden diese winden kann man über zwölf volt klar eine lithium batterie von wemo ich habe auch noch eine banner nicht so zu sagen und hier kann ich diese stützen ausfahren den container anheben mit dem anhänger drunter ja das ist jetzt hier aus dieser recycling raum von diesem gastronomiebetrieb hier verlinke ich euch ein video wie wir diese container aufladen und sonst ein video über so kühlcontainer oder tiefkühlcontainer und ich wünsche euch einen schönen tag